Nun stellen wir uns gemeinsam der größten Herausforderung, der Eisernen Horde. Schauen wir uns mal an, das ist schon ein bisschen größer geworden, das ist das Hauptgebäude auf Stufe 2, so wächst die Garnison, ich habe ja mit Zufall lagen hier 500 Ressourcen rum, muss man ab und zu mal gucken, legen die einfach hier so rum, nicht immer, manchmal ein bisschen weniger, auch noch ein Bauplatz hier, kann man auch noch was hin knallen. Ich habe mir gedacht, ja komm, das nehme ich ja schon mal für euch auf, bitte auch mal was seht, vielleicht gar nicht so, Missionen habe ich schon gemacht, wieder, wieder welche, alle drei wieder auf Missionen geschickt, weil die Mission, die Mission mache ich jetzt hier nicht, Kampfhaus, die Ausbilder, nein, das mache ich jetzt nicht, gucken wir kurz hier, ob noch mehr Ressourcen rumliegen, dann gehe ich auch schon wieder sofort zurück, Dann glaube ich hier irgendwo lagen die, ach guck mal da, eine kleine Hütte, so für einen Hundi zum Beispiel, oder andere Haustiere, es gibt ja hier in BOW ganzen Haufen von, auch mechanische Fliegende, Schnecken, alles mögliche. Lange Liste. War doch auch, glaube ich, hier unten irgendwo drin, Sammlungen, nee, Sammlungen nicht, oder? Wild zu führen, nee. Doch hier sind sie, die ich jetzt schon habe, sind nicht so viele, mal ein bisschen so. Ja, aber vor allem, was es da alles noch gibt. Ja, ich habe schon ein paar. Für ihn kann man maximal dreimal haben. So wie hier, drei Stück. Rockwilpe. Und hier fangen die ganzen neuen an, die ich noch nicht habe. Es gibt sooo viele Haustiere. Kann man alle fangen, trainieren und jeden Kämpfe ausfrachten, aus Fechten. Kann man machen. Werde ich vielleicht auch später machen, also sehr viel später. Aber erstmal mal zurück, äh, Ruhestein. Zurück nach Pandaria. Erst werde ich auf Pandaria abschließen, dann mache ich in Drenor weiter. Da. Da waren die, äh, die, Mops sehr stark. Oh. Frauenblüte? Ich muss, da hinten hin, genau. Was ist denn da noch? Ach! Wo kann man? Von Pelz in der Sturmwind. Öh, mach mal zwei, nicht. Ich weiß nicht, was ich in den Sturm mit dann machen muss. dass man es hier bei der durchbekommen was schön ist ja auch wobei wir können auch alleine laufen oder diese fall fliegen oder reiten kommen sie mal steuern und können von alleine fliegen im einfach die numm taste von siena block drückt so standard ist eingestellt und haben sich frei belegen wir fliegen einfach selber irgendwo hin und können mit der maus steuern so hoch und rechts links gar kein thema aber ich bin alleine habt ihr hände weg von der zeit der tur und maus und fliegt alleine ich meine chance genutzt was 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 wir trinken so machen was man hier aber ich weiß also jetzt hier in pandaria so nach dass du ich glaube ich bis 100 kann man glaube ich nach liedchen das gebiet bis 110 dann kommt 120 von bettler versort haben sie aber auch geändert früher war das bei den level größer und unter unterschieden bis 140 oder so haben sie mal geändert gehabt wenn wir uns bericht ja für gerade hier im gange während der vergangenheit einer einer stadt stunden chance von 80 prozent anhänger kann man sie an die immer noch noch bekommen kann hier bin nur die drei die ich habe soll das wenn ich jetzt drehen weiter machen würde ich auch die anderen auch noch nach und nach bekommen auch einen ganzen haufen und das kräftigen ganzen arschvoll ja die können auch noch leben wie man hier sieht wenn man denn jetzt achten wir schon der fast da ist in zwei die man dahin zu zwei sind wir auch schon da zugepropfte fliode mit schlemmigem wasser auch ein komisches wort nicht zugepropft mein gut wahrscheinlich weil ein verschluss oben drauf ist ja ja alles klar entweder kann man richtung drücken einfach noch mal eine taste drücken dann kann man selber steuern ist ganz praktisch ich muss näher ran bist du da mittendrin er muss irgendwo am stunden platz sein irgendwo hier das schlemmige wasser rein das war abschöpfen müssen kann man so von aus keine ahnung das habe ich noch nie gemacht die kann man mit dem num-taste auch dass er automatisch schwimmt in eine richtung kann man natürlich auch machen nur so nebenbei was jetzt noch nicht wusstet weil er nicht von ausgeheber konnte sein ich habe auch sehr spät mit ww begonnen sehr spät er kann trainer gerade raus habe ich angefangen trainer legion es habe ich so ein paar monate gespielt dann wieder auf eis gelegt jetzt fangen bin ich wieder voll drin wir streame ich auch im moment jeden samstag ab circa 14 uhr als lust habt ihr natürlich einen neuen schaden orc schamane spiele ich das auch schon 56 mittlerweile was ist denn das galleon ich will raus hier auf die schwimmen tot die kümmchen dann daran rücken die gebraufe fernforscht Flussufer, aber sehe ich, kann ich ja nirgendswo. Ich kann ja nirgendswo. Schauen wir mal aus, so lang ist es schneller, als wenn man schwimmt. Das wäre so ein komisches Viech, das man auch als Mount bekommen kann, damit kann man über Wasser laufen, so wie er hier. Ah, da haben wir es ja. Äh, muss ich noch näher sammeln? Hä? Alle laufen darf ich nicht, dann vielleicht fliegen oder was? Äh, darf ich fliegen? Ist man hier nicht voll, ne? Ich habe ja auch nicht, ey, na für ein scheiß. Hä? Verstehe ich nicht. Lass mal die mir dann machen. Oh, nicht schwimmen, da will ich auch nicht. Was darf ich denn? Was müssen wir voll machen? Von wo muss ich hin? Weiß ich jetzt gar nicht. Äh, na kann ich nicht voll. Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Oder muss ich noch ein Zipf rupfen, der ist wieder drauf. Das ist jetzt selber. Hä, äh. alles klar sowohl der tropfen drauf weil die feole voll ist nicht springen die quest kann kann sich selber nicht äh karpfenjäger töten dschungelhusche da ist einer wenn wir kurz ins kämpfen einkommen hinterher von mir so weiter kappen hier 9 von 12 die rückgefüllte fiole karpfenjäger hallo karpfenjäger wo seid ihr da oben ist wieder einer ein tiger doch auch ein tiger karpfenjäger 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 oh na na hält der viel aus mein gott hält der viel aus hab geschlafen so ist brav mhm tigerblut fehlt noch karpfenjäger was ist da los lagerchen das sind karpfenjäger wieder ist noch nicht mit der regel sein wenn eben karpfenjäger hier wirklich stehen auf ihren ohren oder was nein du nicht warum nicht du ich finde noch einer ein karpfenjäger hätten wir das schon mal was hier los gar nix wenn er kluft nein du nicht dann komm her und das für mich das jetzt wieder 8 irritiert ihn hat sie mit der jungen auf einmal und der auch noch ja das ist heute gebiete darf ich nicht hin und es kommt passiert sowas kann man von da erkennen dass sie jetzt zwei fragezeichen haben das heißt sie machen nicht ganz schnell putz putz das medaillon erfolg ist doch hier eine valente der sturm mitmachen ja und ich glaube nur bittlich habe ich ja auch nicht warum jetzt gibt es den letzten talent punkt und dann noch fünfeinhalb level wenn man das komplett für dich es ist alles die horde gebiet deshalb 90 komisch der auch auf 90 90 wurde ein hatte zwei fragezeichen warum auch immer ja vorbei egal schnellstens von da flüchten da ist er wieder ja klar goldene jahre 50.000 hp das ist spiel so weit wie geht ein schneller pf.a. kappelsieger die haben wir auch so viel sind die kluz gefühlt die führte sind so nett und packen ihr blut gleich in eine fiole rollen das ist nicht nett von ihnen natürlich wenn sie sterben ist klar dann packen ihr blut voll noch in die fiole und sterben dann erst als geschenk ja nachher dauert immer hier schwimmerei es folgte untoten und totes hätte man schon verbrochen sich unter wasser keine luft weil sie ja untot sind sind ja schon tot brauchen keine luft einziges der volk das unter wasser atmen kann wenn man so möchte das war was mir zumindest bekannt ist ich weiß nicht ob noch ein völk gibt glaub ich nicht gibt ja schon länger diese verbindeten völker ach ich bekomme hier einfach keinen respekt ja dolch nabel wenn ihr es hier schafft schafft ihr es überall hab ich den gerade schon gesehen was passiert denn da für einer ach normaler 11.000 raum ab und fliegen war ist das schon ne der kreide vorne nicht im händen gesehen wo ist es rote wie ich mit roten armen ist er weg war doch hier ö ist auch hier da ist er auch ja und dann bin ich so doof ich auch sehe 11.000 mein gott zu viel hat heilen ich möchte es immer ein bisschen unbewohnt zwischen ww und feine von den vierzellen das naturbelegung ein bisschen andere die ganze kampfweise bisschen anders aber es geht es läuft überlaufen sie den überlaufen sie den erbestimmt haben den deutschen haben schon 11.084 nicht schlecht zerspricht ach tiger schicken und eine viele ich die kaffee jäger hier sammeln ja ich habe genug wo es war wir haben verletzte du was dann blut in eine fiole was dann ja ja eisterschaft ne ist nicht so wichtig geld besser nimm mal den gürtel ja 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 terminal bekommen genau das kann man an gürtel schaffen für die mission keine sohn's mission ab und zu mal solche sachen hier muss man halt dann erstmal gucken was das überhaupt ist hier habe ich schon bereits bekannt schon dreimal bereits bei meiner sammlung also hier ging auch schon alles alt medall hier ja okay immer hier äh ist er da hahaha da ist die 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 Untertitelung des ZDF, 2020